Hi Chase, da du jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich Filmnoir-mäßige Monologe halten kann? Äh, nein. Enttäuschung stieg in mir auf, aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Und das nochmal als Info, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Und wir sind tatsächlich jetzt auch endlich undercover unterwegs. Haben jetzt den Audioscan und müssen jetzt mal hier den Weg finden, hier irgendwie auf das Dach zu kommen. Um unseren Audioscan dann tatsächlich auch nutzen zu können. Bevor wir das machen, würde ich aber sagen, brechen wir hier erstmal ganz gekonnt ein. Weil dort unten wartet nämlich schon mal der erste Superstein auf uns. War zwar absolut jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Aber wir suchen erstmal weiter nach einem Weg hier auf das... Was ist dein Problem eigentlich? Ich hab dich... Ach, schaut mal. Hier können wir ganz easy hochblättern. Ich weiß nicht, ob wir den Audioscan beispielsweise dann auch nur mit der richtigen Uniform, also quasi in der Undercover-Uniform nutzen können. Und das ja sonst gar nicht funktioniert. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Kann ich noch die normale... Nee, die normale Polizisten-Uniform haben wir nicht mehr. Das ist fast ein bisschen traurig. Oh, ist hier ein Seil? Ah ja, tatsächlich. Können wir jetzt hier ein bisschen Seiltanz machen? Alter, okay. Für einen Seiltanz ist es recht schnell. Aber ansonsten hätte man das Seil vielleicht einen Ticken kürzer machen können. Dann wäre der Weg jetzt nicht so lang gewesen. Aber, ja gut. So, und jetzt schauen wir mal hier, ob das auch geht. Nee, okay. Geht tatsächlich nur hier mit der Undercover-Uniform. Ansonsten sagt dir dieses Multifunktionstool, nö, fick dich. Du bist nicht Chase McCain. Dir gebe ich das nicht. So, schauen wir uns mal um. Wo haben wir denn hier ein... Ah, hier können wir was hören. Warum ich dich anrufe? Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du? Kommt sofort zu Chance Limousinenladen! Beeil dich, Mann! Glaubt man das? Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau! Treibt sich bei der Galerie rum! Naja, da gibt's ne Menge toller, kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Äh... Alles klar! Bucky Butler! Der klingt auf jeden Fall... Ich hab ihn hochgenommen! Vor zwei Jahren! Der klingt leicht russisch. Also... Also... Also das war jetzt gerade sehr, sehr merkwürdig. Die Sprache von dem... Gegenüber am Telefon. Wahrscheinlich hat man es so gemacht. Ähm... Einfach weil... Ja... Das war halt am Telefon. Im Normalfall hörst du das da nicht. Aber... Ja, irgendwie dieses... Dieses Genuschel. Das... Das... Hat ja irgendwie gewisse Ähnlichkeiten der russischen Sprache. Also... Sorry an alle russischen Sprachen. Mächtig sind mir jetzt sagen. Äh... Absoluter Käse, was du hier laberst. Aber irgendwie für mich war das jetzt so. Wir machen also ein auf Bucky Butler. Wo ist mein Fahrzeug? Das hab ich da hier hinten, glaub ich, irgendwo angestellt. Genau. Auf jeden Fall, ja, das war irgendwie ein sehr, sehr interessantes Telefongespräch. Ich weiß nicht, ob wir direkt das Richtige gefunden haben, weil es gab ja dann noch zwei andere Optionen. Ja. Kann sein, dass die zwei anderen Optionen dann eher falsch gewesen wären. So. Räumen wir ja erstmal ein bisschen auf. Ja. Jetzt geh doch mal aus dem Weg! Ich hab im Übrigen so ein bisschen das Nitro für mich, äh, gefunden. Ja, ich musste ja den Weg nochmal hierher fahren. Weil, äh, hat halt nicht zu... zu Missionsbeginn gespeichert. Deswegen musste ich halt den Weg, wie gesagt, nochmal hierher machen. Okay. Äh, wir entdecken hier aber immer mal wieder was, ja. Und wenn's hier auf der Karte irgendwas gibt, dann sollten wir, denke ich... Ah, schaut mal, das können wir ja aufsprengen. Haben wir hier irgendwo... ...nen Dynamit-Auto... ...Naden? Nee, aber wir haben hier was zum Scannen. Vielleicht finden wir damit Dynamit und können dann die Bude dort aufsprengen. Das wär doch was. Das würde mich... Geh weg, Alter! Ich muss hier ermitteln und du läufst hier über meine Spuren drüber. Das kracht gleich. Unter dem Blumentopf? In der Eismaschine mal wieder? Ja, in der Eismaschine mal wieder. Hier haben wir Dynamit drin? Nee, hier haben wir einen Schlüssel drin. Ich sollte mehr Zeit auf die Strasse nur gelassen. Okay. Ah, und damit kommen wir hier rein und hier ist so eine... ...so eine Rex-Fury-Statue. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich wollte eigentlich eher dort drüben rein. Ach komm, wir brauchen mal auch Dynamit. Na, aber dann muss da hier ein Dynamit-Automat in der Nähe sein. Jawoll, wir haben einen. So. Wir haben es ja jetzt mal gelernt. Wir brauchen eine Spitzhage für Dynamit. Ich finde im Übrigen schön, dass wir ja immer wieder einen Legoschein reinstecken. Der uns aber von nirgendwo abgezogen wird. Und wir haben aber trotzdem noch Legoscheine als Rückgeld bekommen. Mehr oder weniger könnte man meinen, dass es Rückgeld ist. Silberstatuen zerstört. Zwei von siebzehn. Gibt natürlich noch einen Goldstein. Und diverse andere Steine hier, die wir direkt noch bekommen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns gleich noch einen zweiten. Eine zweite Dynamitstange. In der Hoffnung, dass das Ding nicht hochfliegt. Wie gesagt, bei manchen fliegen ja dann in die Luft. Was ist das denn? Achso, können wir noch nicht nutzen. Und dann jagen wir mal die Tür hier gleich noch in die Luft. Ich will wissen, was ich mir jetzt hier drin holen kann. Achtung. Ja, geil, Alter. Läuft. So, jetzt kommt... Alter, ich dachte schon, ich komme jetzt hier nicht rein. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft sagen, In Lego City. Gibt es ein Lego-Geschäft? Okay, ich kann das kaputt machen. Und ich kann hier was aufbauen. So einen Drachen, glaube ich. Tatsächlich. Eins von drei. Oh, hier gibt es definitiv irgendeine Belohnung. Wahrscheinlich können wir jetzt hier diese Sachen, diese Spielsachen zusammenbauen. Weiß nicht, ob das damals aktuelle, ähm, aktuelle Lego-Bausätze waren, die zu der Zeit in waren. Also an den Drachen kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Der hat mit Sicherheit das eine oder andere Kind begeistert. So, drei von drei. Und wir bekommen dafür... Ah, sehr schön. Nenn neun Charakter, freigeschaltet, den Eidechsenmann. Ich kenne bloß den Sicherheits-Salamander von den Simpsons. Was ist denn, Schatz? Ich verstehe dich nicht gut. Salamander, unterwegs! Tut mir leid, Bart. Eidechsenmann kann ich nicht. Gut, steigen wir ein. Ich glaube, weit war es ja nicht mehr. Ach so. Irgendwie... Also, keine Ahnung. Das Auto sieht von hinten aus, als würde man von vorne drauf gucken. Ich weiß nicht, ob es von vorne auch so aussieht, als würde man von hinten drauf gucken. Aber irgendwie... Ja, das Auto ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Oh geil. Oh geil. Wir fahren oben lang. Wir fahren aber sowas von oben lang. Ich weiß bloß nicht, ob das eine gute Idee war, hier oben lang zu fahren. Ja, das war gut. Fahren wir durch den Park. Fahren wir durch... Aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich gerade richtig. Geh weg mit deinem Kack-Fahrrad. Ich hasse sowieso Fahrradfahrer. Also, das... Ja, ist verdient, dass die Fahrradfahrer so weggeräumt wird. Nein, ist es natürlich nicht. Ja, mit dem Gedanken, wer mir hier alles zuguckt, muss ich ja dazu sagen. Nein. Macht das bloß nicht. Nicht, dass es dann heißt... Uh, das hat er in dem Video aber auch mit Lego-Figuren gemacht. Das muss ich unbedingt jetzt mal in der Realität ausprobieren. Wagt es. Ich schlag euch. Alter, bist du gerade ernsthaft direkt auf mich zugesteuert? Hast du eine Meise? Wie weit muss ich noch fahren jetzt? Ja, sorry. Tut mir übelst leid. Gut. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder unsere Undercover-Uniform anziehen. Und starten jetzt hier die Sonne-Mission? Oder einfach nur eine weitere Open-World-Mission? Ja. Okay, wir müssen wieder mal Audio-Scan machen. Wieder mal einen Audio-Scan machen. Schauen wir mal, ob hier im Müll irgendwas drin ist. Nö. Wird ja sein können, dass ein paar Pfandflaschen drin sind, die wir abgeben können. Ja, gibt dann 0,25 Lego-Steine pro Pfandflasche. Ich denke, kann sich auszahlen. Okay, warum sind wir so nah an den Schienen? Warum kommt man hier überhaupt hin? Also, das wirkt mir doch sehr gefährlich. Aber okay, wir hören uns um. Was hältst du von diesem? Oh, Alter, das ist so unfassbar laut. Kennst du den Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Ja. Man müsste 999 Synonyme für Schund erfinden, damit sich der Satz bei diesem Bild bewahrheiten würde. Okay, ich glaube, das war nicht das, was wir gesucht haben. Wir können hier noch nach unten. Nee, das ist auch nicht das, was wir hören wollen. Okay, also, das Ding ist jetzt gar nicht mehr so leicht zu finden. Das ist es. Das ist es, was wir hören wollen. Lauschen wir mal rein. Auf Wiedersehen, der Herr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, war spannend. Hab mir im Museumschladen diesen tollen Druck gekauft. Oh, man könnte meinen, es ist das Original. Ja, könnte man. Okay, ich muss los. Wusste gar nicht, dass der Laden Drucke verkauft. Ja, vor allem, dass du ihm nicht hinterherläufst. Das ist ganze Arbeit. Oh nein, Verfolgungsjagd. Diesmal müssen wir hinterherfahren. Schlecht. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Geh weg. Nicht ins Wasser. Das wäre auch enorm wichtig. Ähm. Oh, habe ich gerade einen Superstein eingesammelt? Okay. Ähm. Ist tatsächlich nicht Frank Honey. Und komischerweise, ja, sieht der Typ natürlich genauso aus wie unsere Undercover-Uniform. Oh, der ist erstmal gekonnt. Braust-Kirchen. So. Ich glaube, das... Hab ich... Ziemlich gut hinbekommen. Äh. Chase, den Witz hatten wir schon ganz am Anfang. Den brauchst du nicht mehr bringen. Der ist langweilig mittlerweile. So, komm. Gretchen weg. Und dann Hammer. Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zur Chans Gang. Das ist doch aber nicht strafbar. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut hab. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay. Wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Alter Schwede. Nur Deppen hier unterwegs. Also selbst Chase. Nehmt's mir nicht übel, aber Chase ist schon auch ein ganz schöner Vollpfosten. Du musst ihm der Verbrecher erklären, wofür er ihn einbuchten soll. Na gut, zum Glück ist unser Auto noch hier hinten. Steigen wir mal ein und fahren direkt weiter. Also ist heute scheinbar eine Folge, in der wir sehr, sehr viel rumkurven. Vielleicht finden wir, dass... So, ich war von der Kanone abgelenkt. Ah, die Kanone kann ich noch nicht nutzen. Sonst hätte ich mir die jetzt definitiv mal gegönnt. Die sieht echt vielversprechend aus. Finde im Übrigen klasse, wenn diese Autos Herzen verlieren. Ja, dass die dann erstmal oben im Offensinn, so als Cabrio. Also wer gerne im Cabrio rumfährt, der fährt erstmal irgendwo dagegen. Damit eben das Auto zum Cabrio wird. So schön erstmal zweifassen. Alter. Alter. Was ist das hier? Also wir müssen uns hier definitiv ein bisschen umsehen. Man kann im Übrigen auch so rum in den Kreisverkehr reinfahren. Funktioniert. Ähm, sollte man allerdings auch nicht im realen Straßenverkehr machen. Also irgendjemand von... Oh, tatsächlich, wir haben gerade diesen Multiplikator. Das ist das, was mir mal gesagt wurde. Wenn ich hier ganz viele Sachen umfahre, bekommen wir diese Multiplikatoren. Und dann sammle ich mehr, mehr, mehr Steine ein. So, hier hinten haben wir wieder was zum Untersuchen. Schauen wir gleich mal, was es hier noch zu Untersuchen gibt. Wenn es mir das schon anzeigt. Na, da müssen wir natürlich auf jeden Fall auch mal gucken. Hier können wir auch eine Glocke hauen. Das muss ich mir merken. Mir zeigt es halt tatsächlich nur an, weil ich hier irgendwas untersuchen kann. Ja, mehr zeigt es dir halt hier nicht an. Ich hätte jetzt gedacht, okay. Vielleicht zeigt es dir auch an, hier, da kannst du noch auf die Glocke hauen und so weiter und so fort. Will mich das Spiel jetzt im Kreis laufen lassen? Ah, hier. Okay. Und wir finden... Hä, aber hier drin ist ja auch ein Schläger gewesen oder etwa nicht. Nee, hier drin war kein Schläger. Eins von drei. Sind hier noch mehr von den Dingern? Ach, komm. Wollten wir jetzt nicht erzählen, dass jetzt hier noch mehr sind. Okay, ich schaue mich mal ganz flicks um, ob ich die schnell finde. Ansonsten fahren wir erstmal weiter. Ja, und machen das dann später nochmal. Ah, schaut mal, hier drüben sind noch zwei Pavillons. Alles klar bei dir? Hi, die Witzka. Ich habe erst gedacht, die will mir hinterher springen und mich hier verhaften. So wie ich die... Also, das sah so aus, als wäre die mir so hinterher gesprungen, wie ich den Räubern teilweise immer hinterher springe. Ähm, der ist definitiv hier drunter versteckt. Alles andere würde mich jetzt doch stark wundern. Ja, wusste ich's doch. Aber, wir sehen, dass diese Schläger dann doch tatsächlich immer versteckt sind. Also, hauen wir mal fix hier noch gegen den Gong. Hätten wir Gong Nummer zwei. Das heißt, wir schalten gleich noch den Charakter frei. Leute, ihr wolltet die 100%. Wenn ich irgendwas finde, ja, dann machen wir das auch. Ja, also, wagt es euch zu beschweren. Ich habe hier auch, bin ich der Meinung, noch so eine Rex Fury Statue gefunden. Und wir haben hier noch einen Superstein. Finde ich auch klasse. Einen Superstein. Agel hatte mir im Übrigen auch einen Kommentar geschrieben, wo ich gefragt habe, Hä, warum sind denn hier so viele, so viele, ja, sag schon. Was ist das denn? Okay, okay, ich kann damit irgendwas in die Luft springen. Ich kann damit irgendwas in die Luft springen. Agel hatte mir auch auf einen Kommi geantwortet, weil ich eben gefragt habe, hä, warum sind hier so viele Supersteine? Weil da in der Nähe irgendein Superbau ist, den ich dann irgendwann mal bauen muss. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, super. Schön, dass ich, äh, das Zeug auch so gerne mal ausgebe. So, wenn ich jetzt... Bitte, was ist gerade passiert? Jetzt hat er wieder dieses Ding zusammengebracht. Ich weiß halt nicht mal ansatzweise, wo das Ding hin muss. Dort oben gibt es einen Superstein. Aber hier fehlt mir auch irgendwas, um überhaupt hier hoch ranzukommen. Ja, wisst ihr? Hier fehlt noch so ein Stein, den wir hier ranbringen müssen, damit wir überhaupt dort hochkommen. Und wohin muss ich denn das Ding bringen? Was ist das hier unten gewesen? War das ein Obdruck? Was ist das hier unten? Nee, das ist bloß ein Ausguck. Okay, ist in die Luft geflogen. Diesmal bin ich aber zum Glück nicht mit verreckt. Ah, und hier haben wir ein Gitter. Okay, hier ist... Das hat was mit der Bombe zu tun. Muss ich die Bombe hier herbringen? Wir versuchen mal, die Bombe dort hinzubringen. Vielleicht können wir dadurch das Gitter wegsprengen. Oh, komm mal mit, Kollege. Komm, Kollege Schnürschuh. Wo muss ich die Bombe dort hin tragen? Komm, trag mal diese scheiß Bombe hier. Tatsächlich geht dieser Scheiß hier weiter. Ich werde die nicht mehr los. Okay, ich habe mich zwar nochmal in die Luft gesprengt und meine Körperteile waren hier so ein bisschen verstreut. Aber egal. Wir haben freigeschaltet. Chan Shuang. Wo ist der dritte Pavillon? Jo, anstatt dem Pavillon habe ich hier erstmal so einen Dynamitenautomaten gefunden. Weil wir haben nämlich dort hinten noch so eine Statue. So eine Rex Fury Statue. Und da brauchen wir natürlich Dynamit dafür. Das heißt, die werden wir jetzt erstmal schön gediegen in die Luft sprengen. Aber den dritten Pavillon, den habe ich noch nicht wirklich gefunden. Hier brauchen wir Wasser. Okay, müssen wir in der Story weiterkommen. Jetzt sprengen wir aber erstmal hier die Statue weg. So wie sich das gehört. Kaplauts! Ah, Silberstatuen zerstört. Drei von 17. Und jetzt suche ich noch den dritten Pavillon. Ich glaube, ich habe den dritten Pavillon gefunden. Der hinten. Jawohl. Und außerdem habe ich zwei Stellen gefunden, wo man den Superbauer richten... Es tut mir wahnsinnig leid. Wo man den Superbauer richten muss. So, mir fehlt aber... Aber... Hä? Diese Fähigkeit ist gesperrt. Das heißt, ich kann den dritten Pavillon erst abschließen. Wenn ich die Verkleidung habe dafür. Ihr wollt mich doch komplett natzen gerade. Ihr wollt mich komplett natzen? LOL! Alter, der hat einen Megabart. Alter, der ist nochmal genau... Nochmal genau der gleiche. Das wird ein guter Tag. Ich sag... Ich sag, der wird irgendwann zu Gandalf. Geil, Alter. Wir haben Gandalf gefunden. Gut. Jetzt machen wir aber mal hier die Superbauten. Wie viel kostet mich der Scheiß? Alter, 30.000. Die ne Meise? Das können wir aber sowas von vergessen. Nee. Die spar ich. Die 30.000. So, jetzt machen wir uns hier nach vorne auf den Weg. Da brauchen wir, glaube ich, gleich wieder unsere Undercover-Uniform. Genau. Weil hier wird man jetzt, denke ich, gleich die nächste... Alter, was ist hier für Gestalten rumlaufen? Das merkst du gar nicht, wenn du hier bloß einfach dumm langfährst. So, aber jetzt will ich aber auch mal die nächste Spezialmission haben. Du bist der Neue? Ja, Sir! Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Ähm, dann brauchst du wohl ne Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut. Du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen? Schon klar. Die Person ist... Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden. Kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Ja gut, das Geschäft brummt ja, wenn er der einzige Kunde ist. Komm her, irgendwie rein. Ich sehe halt hier so ein... Oh lol. Das ist zufällig passiert tatsächlich. Ich sehe halt hier unten so einen Superstein. Den würde ich doch sehr, sehr gern noch mitnehmen. Bevor wir hier den guten Mr. Blackwell, den Multimilliardär, abholen. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Egal. Klettert mal hier jetzt mal ein bisschen rum. Das sieht mir hier sehr vielversprechend aus. Aber ich habe halt trotzdem keinen Plan, wie ich dort unten reinkommen könnte. Na gut. Schauen wir mal, wo mich das jetzt hier hinbringt. Ich bringe mich hier hoch. Ja, und jetzt? Ähm, ja, sind wir hier drüben. Also irgendwie, ich komme gerade sehr von meinem Weg ab. Aber, ja, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Wo wäre es denn hier noch hingegangen? Kann ich nicht sehen, wo es dort noch hingegangen wäre. Ah, okay. Dort vorne ist auch noch so ein Teil. Das können wir halt auch noch nicht wirklich machen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber mein Entdecker-Wahn, der drängt mich jetzt gerade hier so ein bisschen, hier zu gucken. Wartet mal, war hier oben ein Superstein? Tatsächlich, hier oben ist ein Superstein. Komm ich an den vielleicht ran? Ja, an den komm mal ran, Alter. Blöp. Das ist aber fies. Ja, der Weg sagt hier. Ja, geh mal ruhig weiter dort vorne. Nee, 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 der Superstein ist aber hier. Alter, wo renne ich denn? Alter, da renne ich jetzt schon einen Ticken zu weit weg, muss ich ganz ehrlich gestehen. Komm, wir machen jetzt, wir machen jetzt die Mission. Und das können wir dann immer nochmal machen, ja. Wir schnappen uns jetzt den Wagen und dann holen wir mal hier den guten Mr. Blackwell ab. So, vier Herzen hat unsere Limousine. Äh, warum? Ich wollte gerade sagen, fokussierst du mal bitte ein bisschen? Diese Limousine sieht sehr, sehr schmal aus. Also, komfortabel ist was anderes. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht so viel Schaden kassieren mit dem Ding. Aber, ist ähnlich wendig wie die anderen Fahrzeuge. Und wir haben nur begrenzt Zeit, sehe ich gerade. Haben wir Nitro? Nee, wir haben auch kein Nitro hier drin. Ist natürlich noch ärgerlicher. Nächste Frage wäre, ähm, die Karren bekommen ja hin und wieder Schaden. Ja, haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesehen bei mir. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, die zu reparieren? Oder, erst wenn man die dann neu ruft oder das Ding halt komplett kaputt gegangen ist? Oh, du stehst hier fast im Weg, Kollege. Pass mal bitte auf. Wie weit ist der Weg? Wenn wir zwei Minuten haben, es ist ja jetzt mehr oder weniger nicht mehr unsere allererste Automission. Aber da gehe ich von aus, dass die Zeit mittlerweile schon etwas knapper bemessen ist. Schauen wir mal. Jetzt räumen wir erstmal die, die Bullen ab. Diese Elton-Drecks-Bullen. Komm, verpiss dich. Schön gegen den Bus geschoben. Das schmeckt dem Motorradfahrer. Geil. Kann ich hier das Ding abbauen? Ja, ich hatte kurz Angst, dass ich mir mein Fahrzeug damit kaputt mache. Wir sehen hier, die ein oder andere Rufsäule wird aber nicht abgebildet auf meiner Karte. Ach komm, verpiss dich. Können wir nicht jetzt hier rechts rein? Ja, guck mal, warum soll ich denn so rumfahren? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Blackwell, Blackwell, hier drüben Blackwell. Ein Bild bitte. Wie das mit einem Foto? Blackwell, wie das mit einem Foto? Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie, respektieren Sie, Mr. Blackwell's Privatsphäre. Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen misteriösen Ort. So, jetzt werde ich verfolgt? Fragezeichen? Wohin darf ich Sie fahren, Sir? Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks, die mich wohl, Briefkasten im Lesbietheater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet? Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Okay, also diese Entspannungsmusik im Hintergrund, der Typ in dem Auto, passt absolut nicht dazu, dass ich jetzt hier aggressiv fahren muss. Geil, wie ich den wegräume. Geil, wie ich den wegräume fernsehe, wo Sie alten Trödel kaufen. Ach, ein wahrer Kenner. Ha, ah. Gott, Alter. Ich hasse solche Schnösel richtig sehr. Also ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich kann mit solchen Schnöseln absolut nichts anfangen. Darf ich sagen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kannst du mal blinken, wenn du die Spur wichselst? Welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Ja. Genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der Kollege scheint verrückt zu sein. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Nicht die ganzen Leute hier abräumt. Ich finde das so geil. Ich könnte fast sagen, unnormal belohnt. Wir haben es problemlos geschafft, den Kollegen abzuliefern. So eine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, Sir. Ja, okay. Aber dort erkennt ihn jetzt niemand auf der Straße. Na gut. Wir haben den guten Multimilliardär. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Also so wichtig kann er nicht sein. Haben wir abgeliefert. Und... Du bist ein wirklich hervorragender Fahrer. Und dein Mangel an Respekt gegenüber der Straßenverkehrsordnung rundet das Bild deines Gangsters ab. Danke. Ich hasse die Verkehrsordnung. Hm. Ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Sorte Typ bist, die wir suchen. Schon mal was geklaut? Ein paar Stifte. Ein paar Stifte. Tausend Stifte. Von einem Kind, das humpelte. Hervorragend. Das verdient eine Beförderung. Begib dich in die Gasse links vom Schrottplatz in Pagoda. Mein Chef wird dort auf dich warten und dir die weiteren Details erklären. Dann mal auf zu Mr. Chan. Alles klar. Auf zu Mr. Chan. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal für heute. Was ist mit Lego City Undercover? Wir haben auch viel abseits der Story versucht zu erkunden. Viel ist nicht bei rumgekommen, weil... Ja, aber... Ist halt so. Und schauen uns dann das nächste Mal um, was die Story dann für uns bereitet. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet gerne wieder ein hier zu Lego City Undercover. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin.